Was ist das für ein mysteriöser Gegenstand? Dann ein Gutscheincode für alle. Niantic plaudert bisschen aus dem Nähkästchen in einem Interview. Heute Krypto Mewtwo Raid Wochenende und ich hatte wirklich illegales Glück. Direkt mal zu Beginn hier der Code, Gutscheincode, vermutlich nur an dem Wochenende oder auch ein paar Tage danach einlösbar für alle. Da bekommt man zehn von den erlösten Edelsteinen, mit welchen man Krypto Raid-Bosse bändigen kann, sobald sie in Rage fallen. Auch wenn man aktuell im Inventar schon am Limit ist, von ich glaube zehn, kann man die dennoch erhalten. Die stapeln sich dann drauf. Auf der Pokémon Go Website ganz runter Angebot einlösen oder in den Webshop. Dort gibt es auch einen Link Angebot einlösen. Okay, und dann, was ist das? Das wurde nicht im Code gefunden oder so. Auch, also auch, ja. Doch manche Leute hatten das schon im Spiel. Diese komplette Animation von einem Gegenstand. Da sind auf jeden Fall die, nicht Lupe, ich sag immer Lupe. Ihr wisst schon, die Ferngucker, die Ferngläser drauf. Von den Feldforschungen dieses Symbol. Hat doch irgendwie was von einem Raid-Pass oder eine Speicherkarte, wo man so eine Mikro-SD reinschieben kann oder so. Vermutlich irgendwas bezüglich der Forschungen, Spezialforschungen. Die Leute, die das vermutlich aufgrund eines Fehlers schon sehen konnten direkt im Spiel, da ist es passiert, nachdem sie rechts unten auf die Feldforschungen getippt haben. Ich muss ja wirklich sagen, vor allem dadurch, dass ich in den vergangenen Wochen so richtig aufgeräumt habe bei meinen Forschungen und dann mal diese Liste durchgegangen bin. Alter Schwede, wir haben mittlerweile schon sehr viele befristete Forschungen, Spezialforschungen, Sammlerherausforderungen, alles. Und da blickt eigentlich keiner mehr durch, genauso wie die Giovanni-Forschungen und so weiter und so fort. Eventuell könnte das irgendwie so ein Journal sein, wo sämtliche Dinge besser gegliedert sind, unterteilt sind. Ein Quest-Buch oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das wäre wirklich ein Träumchen. Und vielleicht noch mit paar Achievements oder so, mit Bonus-Belohnungen. Wenn man alle Giovanni-Forschungen abgeschlossen hat, teilt man 5% mehr Schaden gegen Giovanni aus. Nein, keine Ahnung. Ich träume gerade. Irgendwie sowas in der Art finde ich. Jedoch genial. Sieht schick aus und hoffentlich ein feines Feature für Forschungen. Ich bin ein riesiger Feldforschungs-Fan. Ja, apropos, ich bin auch ein Fan von meinem heftig-deftigen Crypto-Mewtwo. Ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe die WP schon gesehen und ich dachte mir, wartet mal, wieso haben meine alle so hohe WP? Beim Crypto-Rate ist doch die Mindest-TV bei 666. Was ist da los? Und auf einmal bewerte ich. Und ich habe ein 98er Crypto-Mewtwo. Leider Angriff auf 14, aber hey, kommt schon, das ist doch egal. Klar, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich eher 15 Angriff und 14 irgendeinen anderen Wert genommen. Aber das wäre nach der Lösung aber ein komplettes 100er. Werde ich nicht machen. Ich habe schon einige normale 100er Mewtwo. Und ja, nun bräuchte ich noch ein paar XL Bonbons. Wirklich brutal. Und ein Shiny war heute am Samstag auch schon dabei. Morgen Sonntag nochmal Crypto-Mewtwo. Doch ich glaube, ich bin bedient oder besser kann es ja gar nicht mehr werden. Ach so, und apropos Mewtwo-Rate-Wochenende. Nutzloses Wissen am Rande. Heute, vor einem Jahr, hat Niantic die Fern-Rate-Änderung angekündigt hier. Wer nicht weiß, was früher anders war. Man konnte unlimitiert aus der Ferne raiden. Na und, die Raid-Pässe waren viel günstiger. Wirklich viel günstiger. Ja, und darüber spricht Ed Wu von Niantic auch unter anderem in einem Interview mit Eurogamer. Und das gehen wir hier nebenbei ein bisschen durch. Relativ lange. Doch ich habe hier die meiner Meinung nach interessantesten Passagen rausgesucht. Es war auf jeden Fall kein wirklich kritisches Interview. Aber der gute Ed Wu hat hier schon so ein paar Dinge verraten, die man entweder glauben kann oder nicht. Auf jeden Fall wird so ein bisschen über die nächste Dekade gesprochen. Forever Game. Bald acht Jahre Pokémon Go und viele der Änderungen, die momentan so im Hintergrund langsam ausgerollt werden. Andere Fangbildschirme, je nachdem, wo man sich gerade befindet, in welchem Biom. Dann die Avatar-Anpassungen. Diese Änderungen sollen das Spiel frisch halten, auch für das nächste Jahrzehnt in Pokémon Go. Eine Sache, die vor Wochen schon mit den Fanghintergründen angedeutet wurde von Niantic, wo ich noch immer nicht wirklich wusste, was wird oder was ist damit gemeint. Was wird da passieren? Eine diversere Auswahl an Pokémon in der Wildnis, je nachdem, wo man sich befindet. Und hier wird ein wirklich lustiges Beispiel gebracht, wo ich am Anfang dachte, okay, ja gut, aber Moment mal, wenn man so wirklich drüber nachdenkt. Weil wir nun schon so viele unterschiedliche Pokémon haben, da will man sich ein bisschen mehr darauf fokussieren, die Biome auszusuchen für diese entsprechenden. Etwa Gelatini, das Eis-Pokémon. Wieso sollte das nicht bei einem Eissalon auftauchen? Er sagt, in so gut wie jeder Stadt gibt es sowieso einen Eissalon. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oder klar, der Hintergedanke wäre in diesem Fall bestimmt, vielleicht bekommen wir irgendwelche Eisgeschäfte dazu, dass sie sich einen gesponserten Pokestop kaufen. Irgendwie sowas in der Art. Andererseits nur die Überlegung, wenn ich unbedingt ein Gelatini brauche, wieso auch immer, dann weiß ich, das bekomme ich, überall in jeder Stadt bei einem Eissalon. Ein weiterer großer Punkt in dem Interview war der Umsatz von Niantic. Spiele wurden eingestampft, die Belegschaft teilweise gefeuert, herausfordernde Zeiten für Niantic. Doch laut Ed Wu war die Pokémon Go 2 in diesem Jahr für manche Metriken die erfolgreichste Woche, die sie je hatten. Welche Metriken auch immer er meint. Keine Ahnung, wie viele Leute haben sich eingeloggt? Wie lange haben die Spieler gespielt? Oder wie viele Kilometer sind sie gelaufen? Oder doch, eine von den eher wichtigen Metriken, wie viel Geld haben sie ausgegeben? Er meint hier, das Spiel ist auf jeden Fall am Wachsen. Was mich als Content-Creator natürlich freut, wenn ich sowas höre. Es gibt verschiedene Firmen, wie etwa Sensor Tower, da habe ich bestimmt schon mal einige Grafiken eingeblendet, die analysieren Mobilspiele, Mobile Games und schauen, wie viel Umsatz generieren die. Dadurch kann man ein bisschen vergleichen, machen sie mehr oder weniger, wie erfolgreich ist ein Spiel. Aber hier meint Ed Wu, all diese Zahlen, die dort kursieren, sind völlig falsch. Was ich mittlerweile auch ein bisschen glauben kann. Natürlich sind die nicht korrekt per se, aber man kann und konnte bestimmt so ein bisschen einen Vergleich ziehen. Wie machen die das, diese Firmen, ähnlich wie man Einschaltquoten im Fernsehen misst? Die wissen ja auch nicht. So, wer schaut denn aller? Einige hunderte oder paar tausend, ich weiß es nicht ganz genau, haben da so ein besonderes Gerät und dann wird einfach hochgerechnet. Ähnlich werden das auch diese Analysefirmen machen. Die haben allerdings vermutlich nicht wirklich Einblick in vor allem in die Tickets und so weiter. Webshop, wenn dort ausgegeben wird. Pokémon Go Fest, Pokémon Go Tour. Da rollt der Rubel offenbar. Und mit Tickets spart Niantic ja vor allem in letzter Zeit überhaupt nicht. Er gibt allerdings zu, dass, wenig überraschend, das Fernraiden definitiv nachgelassen hat. Unterm Strich soll Raiden im Allgemeinen jedoch weit nach oben gegangen sein, weil die Leute wieder rausgehen mit ihren Communities. Ja, ich meine, Krypto Mewtwo kann man nur in Person machen. Einen Top Raiden kann man nur in Person machen. Die Fan Rates? Unfassbar teuer geworden. Klar, wenn man die Fan Rates viel teurer macht, dann wird das normale Raiden stark nach oben gehen direkt im Vergleich. Logisch. Und wenn ihr ein Glücksei auf einmal für 100 Euro verkauft im Shop, dann wird, wow, überraschenderweise auch der Konsum von Glückseiern runtergehen. Die Frage ist allerdings, und die kann uns wohl vermutlich niemand beantworten, wie würde Raiden momentan dastehen ohne der Fernraide-Änderung? Könnte man Krypto Mewtwo unlimitiert aus der Ferne raiden mit den damaligen Preisen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da weniger Leute raiden würden als so. Aber ja, das Thema mittlerweile, wie gesagt, einjähriges Jubiläum ist, denke ich, durchgekaut. Auch noch interessant, im vergangenen Jahr sollen wohl 100 Millionen Spieler Pokémon GO gespielt haben. Und momentan wurden anscheinend schon mehr als 2 Millionen Routen veröffentlicht und genehmigt. Bei einem Teil des Interviews musste ich direkt wieder an den Anfang des Videos denken, mit dem mysteriösen Gegenstand für irgendwelche Forschungen. Denn Edwu gibt zu, es kam schon in der Vergangenheit vielleicht mal vor, dass man sagt, oh mein Gott, es gibt hier so viele befristete Forschungen. Bezüglich Abenteuereffekten gab es auch einen kleinen Kommentar, sie werden nun nicht direkt einen Abenteuereffekt nach dem anderen rausballern, aber wenn es irgendwie passt, wird auf jeden Fall noch ein weiterer Abenteuereffekt hier oder da erscheinen. Also nicht nur für Urform Palkia und Urform Dialga. Und am Ende noch das übliche, viele riesige Features werden kommen und so weiter und so fort. Ich persönlich muss sagen, die vergangenen Wochen und Monate mit all diesen Fehlerbehebungen, Optimierungen, Verbesserungen, die haben mir gut gefallen. Weil ich weiß noch, bestimmt vor einem Jahr oder so, habe ich ähnliche Interviews besprochen und da hieß es, ja, es werden noch heftige Features kommen. Und damit waren komplett verbuggte Routen und ein verbuggtes Partyplay-Feature gemeint. Mittlerweile, wo alles behoben wurde, Monate danach, stabil. Ich mache Routen auch ab und an. Doch wenn man nicht wirklich weiß, dass man hier das heftigste Feature der Welt in petto hat, würde ich das an seiner Stelle nicht so hypen, weil dann enttäuscht man die Leute sowieso. Einfach mal noch ein paar Monate kein weiteres AR-Feature oder so rausballern, sondern die aktuellen Dinge hochpolieren. Ja, der Artikel war echt lang mit viel Blabla. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was liefern. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen.